Ich bin ein bisschen überrascht, einen Vertreter der Presse hier zu haben. Ein Blick, oder von welcher Presse sind Sie auf diesem Blatt? Du hast jetzt so dein Film ausprobiert. Ich bin vom Buchmerblättchen, mache hier eine Exklusivreportage über das Schlussturnen 2008. Das ist ja ein ganz spezielles Schlussturnen, weil es wird der Kegelkönig von Buchermirchel gekrönt. Und da sind wir alle gespannt, wer sich diese Trophäe dieses Jahr unter den Nagel reissen wird. Danke vielmals für diese Worte.